Okay, wollen wir? Wir wollen. Okay. Hi zusammen, hier ist Mirjo, hier ist Pavel. Wir sitzen gerade im Kreativstudio, bei uns in Hannover ausnahmsweise. Und wir freuen uns ganz riesig, euch eine ganz fröhliche Botschaft rüberzubringen. Ja, wir haben wieder einen Wettbewerb für euch. Wenn ihr euch erinnert, wir haben das schon dreimal gemacht. Das ist jetzt das vierte Mal. Wir haben einmal Wettbewerb zum Thema Composing organisiert und zwei Wettbewerbe zum Thema Reisefotografie. Diesmal ist das ein bisschen schwieriger. Aber zuerst, wie viele Leute haben bei dem letzten Wettbewerb teilgenommen? Das waren viele. Viele Leute, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber wir hatten, also jedes Jahr wurde es immer mehr. Und letztes Mal, das hat lange gedauert, über 4000 Bilder haben wir hochgeladen. Ja, das war natürlich sehr, sehr viel. Vielen Dank an diese Stelle. Und das war für uns natürlich auch viel Arbeit beim Auswerten. Das ist ganz normal. Aber gut, das haben wir gerne gemacht. Und wir gratulieren nochmal nachträglich alle, die bei den Wettbewerben gewonnen haben. Und jetzt kommt es. Noch größer, nochmal, aber anderes Thema. Und noch mehr Preise. Zu Preisen kommen wir noch. Aber das Thema diesmal ist etwas komplizierter. Was heißt komplizierter? Ich nehme jetzt mal ein Ding in die Hand. Ja. Ein schweres Ding. Babel hat auf der Fotokina, wir werden es glaube ich auch auf der Fotokina in Wien auch nochmal zeigen. Das ist schon bald, ja. Gezeigt im Prinzip, wenn ihr heute auf Facebook oder auf Instagram ein Bild postet. Ihr müsst einfach nur die aktuellen Statistiken nehmen, die bei Facebook im Internet vorliegen. Wie viel Zeit oder wie viele Bilder hochgeladen werden durch die Anzahl der Freunde, die ihr habt, etc. etc. Werbung abziehen und dann bleiben im Prinzip Sekunden, die euer Bild betrachtet wird. Es sei denn, man fällt auf. Im Durchschnitt fünf Sekunden wird ein Bild betrachtet. Maximal. Statistisch. Und deshalb ist eure Aufgabe, das Bild so zu liefern, dass die Leute länger an diesem Bild hängenbleiben. Und das ist nicht einfach, aber nicht unmöglich. Warum? Weil das Bild kann eine Story transportieren. Und es gibt ein hochdeutsches Wort. Ich habe jetzt hier gerade ein Buch von Goethe in der Hand. Für Hochdeutsch ist er zuständig, ja. Ja, beide, beide. Ja, ja, ja. Du als Quoteneinhorn, ja. Also ich habe jetzt hier Goethe in der Hand. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe das nur genommen, weil es dekorativ ist. Aber es gibt ein deutsches Wort, hochdeutsches Wort. Ja, sehr deutsch. Storytelling. Storytelling. Und Storytelling bedeutet nichts anderes wie Geschichten erzählen. Geschichten kann man in Romanen erzählen, in Filmen, im Kino. Belletristik erzählt alles. Was auch immer. Und natürlich auch durch Bilder. Und das ist jetzt eure Aufgabe, ein Bild mit der Story zu liefern. Ein Bild, entweder ohne Text oder mit drei, vier Zeilen dazu, dass er was schreibt zu diesem Bild. Auf jeden Fall soll eine Story dabei sein. Ist das kompliziert? Sagen wir mal so, von den Leuten, die ich schon informiert habe, dass es diesen Wettbewerb geben wird, die sind bei dem Begriff Storytelling, weil das kennt man viel aus der Werbung etc. Das wird immer sehr kompliziert dargestellt. Und da waren einige so ein bisschen eingeschüchtert, so, oh, ich weiß nicht, ich habe einen Sonnenuntergang. Und da gibt es halt keine Geschichte. Es gibt mehrere Interpretationen zu diesem Begriff Storytelling. Solange euer Bild irgendeine Botschaft transportiert oder eine Aussage hat, eine Message, muss keine komplette Geschichte sein, dann reicht das schon. Oder ein Bild, das euch wichtig ist, wo ihr selbst dazu eine Geschichte erlebt habt. Und deswegen ist das Bild für euch wichtig. Und diese kleine Geschichte, ihr müsst keinen Roman schreiben, aber zwei, drei Zeilen könnt ihr zu dem Bild dazu liefern, damit wir diese Geschichte nachempfinden können. Und dann seid ihr schon bei dem Wettbewerb dabei. Das heißt, man muss das nicht hyperkompliziert betrachten, man muss auch keine große Geschichte haben. Eine Message, eine Botschaft, eine Bildaussage reicht schon völlig. Und ganz ehrlich, wenn wir fotografieren, klar gibt es den schönen Sonnenuntergang oder das Blümchen um die Ecke. Aber bei einigen eurer Bilder, da bin ich mir 100% sicher, ihr habt ein Bild, mit dem ihr selbst eine Aussage verknüpft. Und das ist dann wiederum wettbewerbsrelevant. Ja, und apropos Wettbewerb, diesmal haben wir sehr viele Leute in der Jury. Ja. Und das sind Leute von unseren Sponsoren. Also wir haben, gut, also es ist alles unten aufgezählt. Ja, wobei wir können kurz durchgehen, auch von den Preisen diesmal. Wirklich, also das ist diesmal der Hammer. Also wir sind absolut beeindruckt, wie viele Firmen, wie viele Personen mitgemacht haben, um Bilder auszuwählen. Also Preise, glaube ich, im Gesamtwert von über 7100 Euro. Der Preis ist jetzt nicht unbedingt die Hauptmotivation, beim Wettbewerb mitzumachen, weil ihr dürft nicht vergessen, wir sind ja keine einfach große Firma, wo man das an irgendwelchen Assistenten gibt. Wenn ihr ein Bild einreicht, wir schauen jedes einzelne selbst an und wir laden jedes einzelne selbst hoch. Das heißt so, die Weihnachtsfeiertage, da weiß ich schon, was wir machen werden. Und das ist eigentlich das. Ihr kriegt wirklich dann, also wenn eine Jury über die Bilder drüber guckt, sie guckt wirklich. Das wird nicht delegiert. Von den Preisen diesmal und deswegen danke an alle Sponsoren. Ich gehe jetzt ganz kurz mal durch. Wir blenden auch Logos etc. ein, weil es freut uns immer, wenn das Netzwerk, in dem man arbeitet, auch bei sowas wirklich mitmacht. Hauptpreis diesmal. Danke an Sigma. Haben wir ein großes Objektiv, was man gewinnen kann. Adobe ist wieder dabei. Also nicht das größte Grüne. Nein, das nicht. Aber es ist, ich glaube, knapp 800 Euro oder sowas ist dann der Hauptpreis. Dann haben wir ein Stock-Abo, wir haben ein Creative Cloud-Abo, ganz klar. Danke an die Kollegen von Adobe. Dann ist Hänsel mit dem Blitzkopf dabei. Wir haben Wacom mit dem Grafiktablett. Enjoy Your Camera mit einem schönen Rucksack. Data Color mit entsprechenden Produkten. Zwei Preise sind da dabei. Rollei mit einem Stativ. Dann haben wir Silver Books wieder mit einem Fotobuch, einen Gutschein dafür. Wir sind natürlich auch dabei mit einem Workshop-Gutschein. Und auch wieder mit DVDs. Dann deine Schuhmarke. New Balance. Die Kollegen, danke auch hier nochmal. Wir machen auch mit. Digital Foto natürlich als Co-Ausrichter von dem Wettbewerb auch. Mit entsprechenden Jahresabos. Dann die Kollegen von Xire. Sind übrigens Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Sind die 2018 App geworden mit Xire Search und Xire Search Pro. Also auch hier, ich glaube, zehn Preise. Und dann haben wir Messe-Tickets für die Foto-Adventure und auch Plus-Seminar mit Pavel. Und auch Eintrittskarten für die Foto-Kina 2019. Und dann Preise, wo man vielleicht fragt, was hat denn das damit zu tun? Was hat das mit Fotografie zu tun? Bei den Preisen legen wir, also legen wir auch Wert darauf, dass es Preise von Leuten sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten und deren Produkte wir selbst gut finden. Gut, jetzt haben wir hier einmal Pfeifenhuber. Haben wir nämlich nächstes Jahr auch ein Seminar im Sommer bei Pfeifenhuber. Produktfotografie, klasse Sache. Und die sind quasi mit einem Online-Shop-Gutschein dabei. Da gibt es nicht nur Pfeifen, sage ich gleich. Und dann danke auch an den Herrn Beck, weil wir machen immer jedes Jahr Workshops auf der Burg und Solan. Eins unserer schönsten Events überhaupt. Und von dieser Burg gibt es noch einen Burgführer mit vielen Fotografien. Der Herr Beck, der mit uns zusammen die Workshops macht, der hat dann auch einige Bilder in diesem Bildband oder in diesem Burgführer drin. Die haben dann auch eine Stunde meinetwegen auf der Mauer gesessen und dann auch auf das Foto gewartet und Geschichten erzählt. Also all das, das sind Preise, die für uns was bedeuten und die für unsere Workshops auch was bedeuten. Dann haben wir noch Leistenschneider dabei, 250 Euro Einkaufsgutschein. Und zwei Sachen, die uns auch nochmal freuen, weil es geht ja um das Thema Storytelling. Und dann haben wir einige namhafte Größen von der Branche, auch in der Jury und mit den Preisen. Jürgen von der Lippe, danke auch an dieser Stelle nochmal mit zwei signierten Büchern. Und auch den Armin Rode, den Schauspieler, der nicht nur sozusagen vor der Kamera steht, sondern auch Fotos macht. Und der ist dann auch in der Jury. Auch hier Storytelling ist auch hier in der Jury dann entsprechend vertreten. Und dann haben wir noch die Kollegen von RICO, die mit einer 360-Grad-Kammer und einer entsprechenden VR-Software dabei sind. Also das im Schnelldurchlauf. Das ist viel, ne? Das ist geil. Ist geil, ja. Danke an dieser Stelle. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ihr seht, also wir haben jetzt wirklich einiges im Pool an Preisen. Aber wie Mirko schon gesagt hat, das ist nicht Hauptanreiz für die Teilnahme im Wettbewerb, sondern macht es einfach, damit ihr euch weiterentwickelt. Damit ihr mit euren Bildern Storys transportieren könnt, damit ihr mit euren Bildern mehr Leute erreicht und dass ihr euch von der Masse abhebt. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen natürlich die Fragen. Also einige sagen, oh, da werden wahrscheinlich nur Profis teilnehmen. Gar nicht, gar nicht. Mit welcher Kamera ihr fotografiert, ob das Kamera ist oder Smartphone. Das spielt keine Rolle. Wenn das Bild eine Aussage hat, wenn ihr zum Bild eine Story liefert oder wenn das Bild die Story selbst transportiert, ohne Text, seid ihr dabei. Ob Anfänger, Semiprofessionell, Hobby, Profi, das spielt überhaupt keine Rolle. Einzige Einschränkung oder ein paar Einschränkungen haben wir. Also die erste ganz wichtige Einschränkung, diesmal haben wir die Composings nicht zugelassen für die Teilnahme. Das ist ganz einfach. Die Leute, die kein Photoshop oder ein ähnliches Produkt haben, haben natürlich dann... Dann sind sie schon mal raus. Genau. Und wenn man jetzt mit Photoshop ein riesen Artwork, Composing macht, wo dann eine Geschichte sozusagen direkt sichtbar ist... Die ist dann konstruiert, klar. Ist natürlich auch super, aber damit hätten die Leute dann einen etwas größeren Vorteil gegenüber den Leuten, die halt eben kein Photoshop machen. Das heißt, das Bild selbst oder die Geschichte, die ihr zu dem Bild mitliefert, die ist entscheidend, ohne dass man konstruiert. Genau. Das ist wichtig. Und dann nächste Sache zum Beispiel, also gut, erotische Sachen auch nicht, also erotische Stories brauchen wir nicht. Und auch was alles so politisch und irgendwie radikal ist, Gewalt verherrlichen, das ist natürlich auch nicht zugelassen. Ist aber selbstverständlich. Das ist selbstverständlich, klar. Also die Regeln sind klar, jeder kann mitmachen, jeder kann liefern, unabhängig davon, womit er fotografiert, Stil und Art der Fotografie spielt auch keine Rolle, wie gesagt, keine Composings. Und man kann fünf Bilder hochladen. Genau, jeder darf fünf Bilder einreichen. Das ist natürlich auch toll, weil es gibt auch Stories, die in einem Bild vielleicht keinen Platz finden, sondern brauchen mehrere Bilder. Das ist natürlich auch zugelassen, wenn er sagt, okay, ihr liefert jetzt fünf Bilder und diese fünf Bilder erzählen eine Story. Das natürlich auch herzlich willkommen, sehr gerne, weil das ist auch spannend. Das sind quasi Serien. Aber dann müsst ihr ein bisschen was dazuschreiben, ein paar Sätze, damit wir wissen, welche Bilder zusammenhören. Oder nicht, wenn wir sagen, okay, also wenn er die Dateien liefert, dann bitte in Datei sollte der Name drin sein und dann die Reihenfolge, damit wir besser sortieren können, damit wir auch besser zurechtkommen. Ja, und dann steht eigentlich unsere Arbeit nichts mehr im Wege. Weil wenn der Name nicht drin ist, dann wird es kompliziert. Das bedeutet für mich, Datei runterladen, Name raussuchen, Name in die Datei reinschreiben, Datei hochladen. Also denkt dann, Micho, bitte, wenn er zu viel Arbeit jetzt in diese Sache investiert, dann können wir nicht so viele Freitagsvideos machen. Das ist natürlich auch traurig. Das geht irgendwie, aber ich will auch noch ein bisschen was schlafen. Und eine wichtige Sache diesmal, wir haben in den vergangenen drei Wettbewerben jedes Mal die Galerien auf Facebook gehabt. Damit waren die Leute ein bisschen benachteiligt, weil kein Facebook haben oder keinen Account auf Facebook haben. Und diesmal haben wir uns anders entschlossen. Und zwar, die Galerie wird diesmal bei uns auf der Homepage sein. Wir haben extra so ein Galerie-Plugin gekauft. Und da werden dann alle Bilder hochgeladen. Und die bleiben dann dort auch. Und man braucht auch kein Passwort. Und man sieht dann auch direkt euren Namen. Und ihr könnt dann auch dieses Bild, wenn ihr wollt, auf Social Media etc. sharen und man kann dort auch sogar kommentieren. Finden wir die bessere Lösung diesmal, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber es ist offen für alle und jeder kann gucken. Ja, und noch eine Bitte an euch. Also wenn ihr Bilder einreicht, bitte macht kein Logo im Bild drin. Ja, kein Logo oder kein Namen, weil die Namen werden sowieso veröffentlicht auf der Homepage. Jeder wird sehen, wer das Bild gemacht hat. Und das ist aus dem einfachen Grund, wenn wir Bilder dann später publizieren. Mit Logo ist das immer kompliziert, weil das ist immer sehr individuell und so weiter. Also die ganzen Infos, die bleiben euch erhalten. Also jeder weiß, wer das Bild gemacht hat. Und die Rechte bleiben sowieso bei euch. Natürlich, natürlich. Also ihr reicht die Bilder ein. Klar, ihr müsst es schon einbilligen bei dem Hochladen. Aber die Rechte bleiben natürlich bei euch. Ja, also das ist, denke ich, eine coole Aufgabe für alle Fotografen. Es ist ein Mammutprojekt. Und einige haben dann gefragt, gibt es dieses Jahr wieder einen Wettbewerb? Weil normalerweise waren wir immer so zwischen Juni, Juli mit dem Wettbewerb dran. Und dann, diesmal läuft das sozusagen über die Weihnachtsfeiertage hinweg. Startdatum, Enddatum steht alles unten im Text. Und auch der Link zu der Seite, wo ihr die Bilder hochladen könnt. Ihr könnt die ganzen Bilder alle zusammen in eine SIP-Datei packen und einmal hochladen. Download, nee, Upload muss mindestens, oder nee, weniger als 5 Megabyte sein. Das ist die Größenbeschränkung. Oder ihr ladet halt 5 Mal ein Bild hoch, geht beides. Ja, genau. Ja, also dann freuen wir uns auf euch. Wir freuen uns auf eure Einsendungen, auf eure Bilder mit Stories, auf Stories zu den Bildern. Inspiriert uns, weil bei langen Winterabenden, wenn man die ganzen Bilder dann runterlädt, hochlädt etc., inspiriert uns. Und macht unsere Abende schön. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Sponsoren, an alle Jurymitglieder, die sich bereit erklärt haben, für dieses Wettbewerb mitzumachen. Und ja, also wir freuen uns jetzt auf die Einsendungen, auf die Arbeiten und wünschen euch allen viel Glück, viel Erfolg. Drücken alle Daumen. Ja, haut rein und gewinnt. Ciao.